Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Neuerscheinungsvideo und zwar für den Monat Dezember. Ja, wir haben tatsächlich schon Ende November. Wow, das Jahr nähert sich dem Ende. Der schöne Monat Dezember beginnt. Da freue ich mich immer besonders drauf. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt auch, euch die Neuerscheinungen in diesem Monat vorzustellen und wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Tatsächlich habe ich nur fünf Neuerscheinungen für euch. Ich habe wirklich alles durchsucht, aber nicht mehr gefunden, was irgendwie auch ansprechend war oder auch zu dem Kanal passt. Ja, vielleicht habe ich auch was verpasst oder übersehen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls euch noch andere Bücher ins Auge gesprungen sind für Dezember. Ich fange jetzt mal mit dem ersten Buch an und nicht wundern, mein Laptop steht jetzt hier quasi, also da ist mein Schreibtisch und da steht mein Laptop und ich muss halt immer so ein bisschen da so rüber luschern und auch beim Lesen. Also nicht wundern, wenn das vielleicht teilweise ein bisschen komisch aussieht. Das geht nicht anders. So, das ist eine Reihe auch, wie ich jetzt gerade sehe. Die Buchreihe heißt Stille Falle von Anders Della Motte oder so. Genau, das ist ein Krimi-Thriller-mäßiges Buch und ja, klang ganz interessant. Dieses Buch erscheint am 1.12. und ich lese euch jetzt einmal den Klappentext vor. Eigentlich steht Kriminalinspektorin Leonora Asker kurz vor der Beförderung. Die Leitung der Abteilung für Schwerverbrechen in Maimö ist es ihr so gut wie sicher. Stattdessen wird sie noch während der Ermittlungen in einen spektakulären Entführungsfall in ein Dezernat versetzt, von dem sie noch nie gehört hat. Ihre neuen Kollegen, allesamt Außenseiter und Nerds, nennen es nur Abteilung für hoffnungslose Fälle. Denn hier landet, was bei der Polizei als unlösbar gilt. Kurz darauf wird Leo ein Foto zugeschickt, das zwei Figuren in einer Modelleisenbahnlandschaft zeigt. Das Bild erinnert verblüffend der letzten Instagram-Post der beiden entführten Teenager, von deren Fall Leo so abrupt abgezogen wurde. Weil ihre ehemalige Vorgesetzte nichts von Leos neuen Erkenntnissen wissen, weiht sie ihren Kindheitsfreund Martin Hill ein, ein Experten für Lost Places. Sie ahnt nicht, dass sie ihn damit in größte Gefahr bringt. Und genau, das klingt ganz gut. Ich hoffe, das ging jetzt auch so von der Lautstärke, weil ich jetzt so nah ans Mikro gehen musste, um das vorzulesen. Und ich merke auch einfach, es ist gar nicht so weit weg, aber ich kann es nicht mehr so gut lesen. Also ja, ich habe auch eine Brille, die trage ich aber selten, weil die rutscht auch und die sitzt nicht richtig. Und ich hatte mir jetzt sowieso vorgenommen, für Dezember zum Optiker zu gehen, nochmal meine Augenstärke messen zu lassen und mir eine neue Brille zu holen, die ich dann auch häufiger trage, weil dann hätte ich damit jetzt auch kein Problem, weil das ist eigentlich nicht, das ist vielleicht so weit weg. Und mir fällt es richtig schwer, das zu lesen. Also ja, falls ich mich ein bisschen verhaspel, bitte entschuldigt das. Genau, das ist auf jeden Fall das erste Buch, was ich rausgesucht habe und fand ich wirklich ganz interessant. Wäre also auch, glaube ich, ein gutes Buch. Dann habe ich ein Buch von Maggie Stiefvater, Wie die Nacht entrinnt. Das ist tatsächlich eine Trilogie und das ist schon der dritte Teil, der rauskommt. Der erscheint am 1.12. Ich habe vorher noch gar nichts von der Reihe gehört tatsächlich und ich habe bisher ja erst eine Reihe von Maggie Stiefvater gelesen und zwar, wer wie in der Rabe ruft, die Reihe und ich fand die ja nicht so gut. Jetzt dachte ich mir aber, okay, das ist eine andere Reihe, ist ein anderes Thema. Kann man jetzt hier auch nochmal vorstellen. Ob ich es irgendwann lese, weiß ich noch nicht so genau. Aber ich wollte es euch trotzdem gerne einmal zeigen, weil es gibt bestimmt Menschen, die auch ihren Schreibstil gerne mögen und vielleicht sich für diese Reihe interessieren. Das ist jetzt, wie gesagt, der dritte Teil. Da lese ich euch natürlich nicht den Klappentext vor. Ich lese euch aber vom ersten Teil den Klappentext vor und ja, dann könnt ihr euch ja eure eigene Meinung bilden. Genau. Also der erste Teil heißt Wie der Fall gefliegt. Okay, steht hier auch noch vor, das lese ich nochmal kurz mit vor. Wie der Fall gefliegt ist der erste Teil der neuesten Urban Fantasy-Reihe von Bestseller-Autor Maggie Stiefvater und entführt erneut in die geheimnisvolle Welt der Raven Boys-Reihe. Ja, also scheint dieser bewältst zu sein. Ronanorn Lynch, ich kann den Namen nicht aussprechen, ich sag jetzt Ron. Also ich kenne ihn auch aus der Reihe tatsächlich. Er ist ein Charakter aus der Lina-Ra-Berufs-Reihe. Er ist ein sogenannter Träumer. Er kann sowohl Wunderbares als auch Entsetzliches aus seinen Träumen in die fragile, reale Welt holen. Jordan Hennessy ist eine Diebin. Je näher sie dem Traumobjekt kommt, hinter dem sie her ist, desto untrennbarer ist sie mit ihm verbunden. Carmen Farouk Lane ist eine Jägerin, die Träumer jagt. Denn ihr Bruder war ein Träumer und ein Mörder. Carmen hat gesehen, was Träumer einem Menschen antun können und sie hat den Schrecken gesehen, den die Träumer verursachen können. Doch das war nichts im Vergleich zu der Zerstörung, die bald entfesselt werden wird. Albträume, die zum Leben erwachen, erbarmungslose Jäger und eine unwahrscheinliche Liebe. Wie schon ihre Urban-Fantasy-Reihe Ravenballs verwebt Maggie's Seafutter auf unnachahmliche Weise übernatürliche Elemente mit unserer realen Welt zu einem geheimnisvoll fesselnden Fantasy-Roman. Ja. Genau. Also es ist tatsächlich dieselbe Welt und es ist auch zumindest ein Charakter, der auch in der anderen Reihe vorkommt. Okay. Das heißt, für mich wird es jetzt wahrscheinlich nicht sein. Ich würde mir dieses Buch nicht kaufen oder auch lesen, aber vielleicht ja für viele andere und daher habe ich es jetzt auch vorgestellt. Genau. Dann kommen wir zum dritten Buch. Es geht hier relativ schnell. Also wie gesagt, ich habe nur fünf Bücher. Es tut mir leid, aber mehr habe ich einfach nicht gefunden. Und zwar heißt das Buch, es ist auch ein Auftakt einer Reihe, einer Krimi-Reihe oder Thriller-Reihe. Das Buch heißt Das Nord und ist von Anna Winberg-Säf und Katharina Eckstädt und erscheint am 27.12. So, zum klappenden Text. Nachdem Alex aus dem Gefängnis entlassen wird, ist er allein, arbeitslos und mit seinem Selbstwertgefühl am Boden. Als er ein Jobangebot erhält, das zu schön scheint, um wahr zu sein, zögert er keine Sekunde. Es handelt sich um die begehrte Stelle als Comis, die Cuisine-Küchenassistent im Weltbekannten mit einem Michelin, Stern ausgezeichneten Restaurant Nord im rauen Norden Schwedens. Wow, was für ein Satz. Ich kann überhaupt kein Französisch. Also entschuldigt, wenn ich das total falsch ausgesprochen habe. Der Job ist mühsam und wird noch dadurch erschwert, dass Alex sich in die elektrisierende Besitzerin Alice Duval verliebt, die wesentlich älter als er und verheiratet ist. Es dauert nicht lange und Alex stellt fest, dass der schöne Schein des Restaurants trügt. Alice hat viele Geheimnisse und verwickelt Alex in ein Geflecht aus Lügen, Sex und Drohungen, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. Fand ich irgendwie spannend. Es ist auch ein bisschen ein anderes Thema für einen Thriller und fand ich ganz cool. Und ich stehe halt total auf Thriller, wie ihr wisst. Dementsprechend, ja, fand ich, klang das eigentlich ganz gut. Das nächste Buch heißt You with a View von Jessica Joyce. Das erscheint am 27.12. Ist ein Roman oder wahrscheinlich auch eher ein Liebesroman einfach. Genau, scheint auch ein TikTok-Buch gewesen zu sein, also was da gehypt worden ist und das kommt jetzt halt auf Deutsch. Arbeitslos und auch immer bei den Eltern lebend, versucht Noelle, den Verlust ihrer geliebten Großmutter zu überwinden. Dabei stößt sie auf ein uraltes Foto von ihrer Grams und einen attraktiven Mann, inklusive Liebesbrief. Von der Neugierde gepackt, startet Noelle einen Aufruf auf TikTok, um den Fremden ausführlich zu machen. Doch als sich sein Enkel darauf bei ihr meldet, schlägt Noelles Held schneller und zwar nicht auf die gute Art und Weise. Es ist Theo Spencer, ihr ehemaliger Klassenkamerad und ewige Nemesis. Heute ist er erfolgreich, gut aussehend und hat zu einem Überfluss auch noch ein Lächeln, das Noelle um den Verstand bringt. Widerwillend starten sie gemeinsam mit Theos Großvater, dem wohl verrücktesten Roadtrip aller Zeiten. Aber hat Theo sich wirklich geändert? Finde ich irgendwie süß. Also finde ich hat was, ne? Fand ich jetzt gar nicht schlecht und einfach irgendwie, ja, klingt ganz niedlich, ein leichtes Buch für nebenbei. Kann man mal lesen, würde ich mal so sagen. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Buch. Und das ist ein Buch, was unfassbar, unfassbar doll gehypt wird, was gerade überall viral geht, wo jetzt nämlich der zweite Teil erscheint. Die Rede ist von, also das Buch, was dann erscheint, ist Iron Flame, Flammgeküsst, erscheint am 1.12. von Rebecca Jaros oder so. Naja, ich habe tatsächlich den ersten Teil noch nicht gelesen. Der erste Teil heißt Fourth Ring. Der wurde echt so, so hart gehypt. Und ich bin natürlich auch, ich springe ja schnell mal auf den Zug auf, weil ich mir denke, oh mein Gott, das muss ja so gut sein. Ich will es halt unbedingt noch lesen. Habe es aber auch noch nicht. Ich werde es mir, auch wenn, dann nur als E-Book holen. Die Pläne hatte ich euch ja schon öfter mal erörtert. Genau, aber das habe ich halt auch noch nicht gemacht, weil ich habe noch ein paar Bücher, haptische Bücher auf meinem Sub. Das sind jetzt auch noch, ich kann es ja mal spaßeshalber zählen. Also die ich auf jeden Fall noch lesen werde, sind 1, 2, 3, 4, 5, 7. Das ist nicht mehr viel. Und danach wird es erstmal nur noch, oder hauptsächlich größtenteils E-Books geben. Und das heißt Fourth Ring werde ich mir dann aber auch erst holen. Das kann also irgendwann im nächsten Jahr passieren. Anfang nächsten Jahres vermutlich. Und dann werde ich es lesen. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ja, und wie gesagt, Iron Flame erscheint jetzt am 1.12. Irgendwie habe ich das nur bei Instagram gesehen. Das ist, als es in Amerika erschienen ist. Also vor ein paar Wochen war das irgendwie. Da haben die auch so eine Nachtaktion gemacht, wie damals bei Harry Potter auch, wo du dann nachts um 12 einfach in den Buchladen konntest und dir das Buch dann direkt holen konntest und so. Naja, und das haben die da auch gemacht. Und alle sind dahin gestürmt und durchgedreht bei diesem Buch. Und deswegen, ja, ich bin einfach unfassbar gespannt. Das muss ja wirklich richtig gut sein. Hoffe ich. Ich lese euch jetzt den klappenden Text vom ersten Teil natürlich nur vor. Weil letzt Traum Schriftgelehrte am renommierten Basquiat War College zu werden, zerplatzt je, da sie als Tochter der Generalin am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen muss. Das erste Jahr wird nicht einmal die Hälfte aller Bewerber überleben. Denn Drachen binden sich nicht an schwache Menschen. Sie fackeln sie nieder. Die meisten Kadetten wollen Violet allein aufgrund ihrer Herkunft niederstrecken. Besonders Zayn, der mächtigste und skrupelloseste unter den Geschwaderführern. Und ohne Frage auch der attraktivste. Ausgerechnet ihm wird Violet unterstellt. Sie wird jeden Vorteil nutzen müssen, wenn sie überleben will. Denn am Belgier War College haben alle eine Agenda. Und es gibt nur zwei Wege hinaus. Den Abschluss machen oder sterben. Vor allen Dingen, das habe ich jetzt ganz anders vorgelesen. Belgier, da steht Basquiat War College. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Ja, klingt auf jeden Fall, ja, ganz spannend. Also, aber jetzt nicht so, dass ich beim Klappentext schon denke, boah, das muss mega krass sein. Also, ich bin echt gespannt, ob das wirklich so gut ist. Ich bin ja öfter schon mal enttäuscht worden von Hype-Büchern. Also, schauen wir mal, wie das dann wird. Genau, das waren tatsächlich alle Neuerscheinungen, die ich rausgefunden habe für den Monat Dezember. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Büchern haltet. Ob ihr euch darauf freut oder ob ihr jetzt noch andere Bücher habt, die dann erscheinen, die ich vergessen habe. Schreibt es mir alles gerne rein. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen super, super, super schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!